Hallo zusammen, wir befinden uns hier im Fitnessraum von Rau. Das ist nur eine der verschiedenen Möglichkeiten der Uni Bern Sport machen, weil das Angebot sich auf 150 verschiedene Sportarten von... wie Akro-Yoga... bis Zett wie Zumba. Und das Beste daran ist, dass alles gratis ist für die Studierenden von der Universität Bern.